ja mein lieben willkommen zurück im auto wenn ihr wissen wollt wo wir hinfahren was wir heute so machen und wenn euch das interessiert dann drückt auf den roten button und dranbleiben ganz wichtig ja nach dem intro geht es dann weiter ja wir fahren jetzt zu einer burgruine und ich habe wieder meine sonnenbrille vergessen egal ja das heißt irgendwie polybag polybag prairie also kloster priori ja genau davon gibt es ja zu haufe in irland und da waren wir noch nicht und es ist auch nicht so weit weg von uns dass wir da ganz gut hinfahren können kind ist jetzt zu hause geblieben beim hund und passt auf den hund auf ja und wir sind gespannt wir haben es gestern gesehen auf der rückfahrt und fanden das ganz spannend uns mal anzuschauen ja da fahren wir jetzt hin dann bis gleich okay wir sind gleich da und ja ich bin gespannt ist auch mal schön wieder meine andere burgruine zu sehen die wir noch nicht kennen weil das problem ist ja wir dürfen ja nur im county cork fahren und irgendwann hast du ja auch alles hier im kreis gesehen ich weiß gar nicht wie groß ist county cork größte county 200 kilometer oder quer durch fahren kannst du glaube ich 200 kilometer oder so schon ziemlich groß richtig genau also wie ihr seht ist bestes wetter blauer himmel aber ist ein bisschen windig so 16 grad 15 16 grad richtig schön aber man muss auch mal raus wenn man mal eine halbe stunde was anderes sieht naja also dann seid gespannt ich bin auch gespannt bis gleich so meine liebe wir sind ja da und es ist mega mega windig seht ihr und deswegen ziehe ich auch eine dicke jacke an das ist kalt ist ja wir sind hier schon das ist schon ein teil davon sehr sehr schön seht ihr wie schön der himmel ist wie blau das ist ja wollt ihr nicht nur mich sehen ne so koptosien so koptosien mal die gemäuer hier an da flog ein rabe raus so richtig richtig schön guck mal sehr 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 schön zeit immer so die gleiche bauweise aber ich mag so welche orte mega gerne hier kann man auch gucken hier da hier 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 Ach, was ist das da hinten? Sollen wir zu Thomas gehen? Zwei Ochsen? Oder Bullen? Das könnte ich dir so nicht sagen, aber eins von beiden. Das ist ja schön. Was ist das? Faut doch mal, dass die Gatter dicht sind, sonst musst du schnell da drauf springen. Ist das Mikrofon jetzt an? Da soll ich drauf springen? Nein. Ist es wahrscheinlich nicht hoch genug. Hallo. Wie geht es euch? Ich hoffe gut, bei dem schönen Wetter hier. Und so viel Gras und so viel Grün. Die hören mir alle zu. Oh Gott, da kommt immer mehr, Thomas. Ich habe Angst. Das ist ja mal schön. Kann ich von dir ein Foto machen? Nein? Bitte. Bleib doch hier. Oh, süß seid ihr alle. Ja, die reden mit mir. Die sind total lieb. Ihr seid sehr, sehr neugierig. Aber ihr habt doch ein schönes Leben hier, oder? Ja, das ist dein Bro. Ihr seid genial. Echt. Ich guck mal, ob man das irgendwie noch anders machen kann. So ein bisschen höher, so. Ja, ich nehme euch jetzt auf. Ist das in Ordnung? Ihr wollt raus, ne? Aber mich nicht umrennen. Ihr seid so süß. So süß seid ihr. Mu, mu, mu. Also Tiere mögen mich eigentlich immer. Die haben auch ein Gespür, was liebe Menschen sind und böse Menschen. Denke ich. Ja, ihr seid schöne Tiere. Fein. Ganz fein. Ja. Wir gehen jetzt weiter. Wir wollen hier noch so ein bisschen uns umgucken. Ja? Und dann sind wir gleich wieder weg. Dann habt ihr eure Ruhe wieder. Ja? Ist das okay? Gut. Dann gehen wir jetzt wieder weg. Jetzt muss ich hier durch den hohen Gras stopfen. Guckt euch mal, das hohe Gras. Was könnte das hier wohl gewesen sein? Was meint ihr? Für Tiere oder so? So eine Tränke? Kann ich mir gut vorstellen. Oder ein Waschbecken? Schreibt mal unten in die Kommentare rein. Kann das sein, dass das irgendwie ein Waschbecken war? Ja, ich laufe jetzt für euch hier und wenn ich Zecken kriege. Ja, guckt euch das mal an hier. Also es ist richtig, richtig mega, mega, mega schön. Mega, mega, mega schön. Mega, 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 mega. Die Sonne ist heute wirklich sehr, sehr schön. Aber windig. Zwischendrinne. Nicht, dass ich hier so eine Zecke. Ich hasse Zecken. Musik 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 Wow! Das ist geil Guckt euch das mal an So mega schön Und so viel steht noch davon Musik Musik Hast du angemacht? Schön Und da kann man auch fahren Kann man hier draufsteigen Guck mal Musik Ist das ein geiler Himmel? Die Höhe reicht schon aus Du brauchst gar nicht lachen Das ist echt mega schön, oder? Vögeln aufnehmen Oh, jetzt fliegen keiner Oh, jetzt fliegen keine Oh, du hast das Gefühl, da hat mich einer angekackt? Wenn die angekackt worden Hat irgendwas dagegen geballert? Dann können sie auch mal den Rasen hier nähen So, meine Lieben Ich werde mich jetzt schon mal verabschieden Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen Und ihr lasst alle einen fetten Daumen nach oben da Abonniert gerne meinen Kanal Darüber freuen wir uns immer sehr Und wenn ihr mögt Und wenn ihr Bock habt Sehen wir uns wieder in meinem nächsten Video Jetzt unbedingt noch dranbleiben Ich zeige euch noch so ein bisschen Autofahrt Und die Landschaft hier in Irland Und ja Bis zum nächsten Mal Ciao, meine Lieben Tut down Bis zum nächsten Mal immer Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.